Sie hat hier für eine NGO gearbeitet, bevor sie dem Kartell beitrat. Oh Mann, wir kommen jetzt in eine Provinz namens Espiritu Santo. Espiritu Santo ist die Basis für Suenius religiöse Propaganda. Der Schlüssel ist eine Frau namens La Santera, eine selbsternannte Santa Muerte-Priesterin mit tausenden treuen Anhängern. Allmächtiger. Diese Hexe besitzt die Gabe, Männer mit Waffen in Fanatika zu verwandeln. So was lässt mich nachts nicht schlafen. Die Narkos verehren... Nein, sollten wir uns ansehen. Oh Mann, Halt. Drohne ist oben. Ein Tango weniger. Scheiß drauf, Schatz. Der Tango ist hin. Oh, Schatz. Scheiß drauf, Fuck. Oh, Schatz. Oh, Schatz. Erledigt. Hab einen. Oh, Schatz. Hiechole! Abusado! 35. Fanate! Frister! Er ist tot. Er ist tot. Scheiß drauf. Das war's. Das war's. Und wir ab. Oh, Schatz. Das war's. Und wir ab. 24. Das war's. Und wir ab. Es ist tot. Ich bin tot. Scheiß drauf. Gute Arbeit. Santerra und Suenio werden echt stinkig sein wegen der Bibel. Er ist erledigt. 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 Es wird ein Mädchen. Sie wird Paula heißen. Hoffentlich denkt er an diesen Namen. Ich hoffe, er braucht dich in deinen Träumen. Ich hoffe, ihr erstickt an... Ich hoffe, ihr wisst euch. 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 Ich hoffe, ihr wisst euch.